Typisch für ihn. Ich kenn ihn. Ich komm heut Abend zum Essen zu dir. Und ich liebe Chinesisch. Kein Problem. Da kann ich helfen. Uncle Benz Chinesisch Süßau. Da ist alles schon drin. Einfach übriges angebratene Fleisch geben, umrühren und fertig. Uncle Benz. Immer wieder ein Genuss. Und hier also das Glückswort dieser Woche. Die Buchstaben lauten N-I-E-T-E. Niete. Jetzt reicht's. Jetzt Günther. Jetzt Lose für die Süddeutsche Klassenlotterie. Da haben Sie mehr Chancen auf Millionen. Günther. Für Ihr Glück tun wir alles. Und heute wünsche ich mir Indisch. Kein Problem. Servieren Sie Uncle Benz Indisch Curry. Immer mehr Experten empfehlen Ihren Männern Protektor von Wilkinson. So scharf, dass er hinter Gitter muss. So sicher durch seine feinen Schutzbügel. Und so gründlich. Protektor von Wilkinson. Spielen Sie mit. Mit SKL-Losen von Günther. 6 von 10. Gewinn garantiert. Rufen Sie an. Bei Günther. Jetzt. Du, Susi, machst du das gegen's älter werden? Ja. Mach doch mal was dafür. Altersvorsorge mit Wüstenrot. Senore. Sie können sich für wirklich nicht entscheiden. Ich sag Ihnen was, es ist einfacher als Sie glauben. Der Ford Escort. Drei Varianten, ein Preis. Sie haben die Wahl. Ford, die tun was. Unser Auto, wir hatten eine... Könnten wir hier übernachten? Gewiss. Nur der Geist von Milady. Wow. Ob die mit uns einen Tee trinken würde? Milady ist anspruchsvoll. Vielleicht hat sie ja Lust auf einen Schokoriegel. Schokoriegel? Und wie wär's mit der wahrscheinlich längsten Praline der Welt? Die längste Praline der Welt? Glaubst du an Geister? Normal nicht. Sind die lang? Ich bin begeistert. Ich auch. Sie ist weg! Hey, und unsere Duplos auch? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Ich bin begeistert. Fokus Titelthema. Dieses Phänomen, Diana, muss auch ein Nachrichtenmagazin beschäftigen. Was ist mit den Dossiers vom britischen Geheimdienst? Was steckt hinter den Verschwörungstheorien im Orient? Zu dem Thema wird's noch Überraschungen geben. Montag ist Fokustag. Mars, eine Legende. Der Geschmack des Originals. Mars und du schmeckst die Lust am Leben. Es gibt immer wieder Situationen. In den man Geld braucht. Und da hilft der Postbank Privatkredit. Den bekommt sie schnell, bequem und günstig. Von 5000 bis 50.000 Mark. Also. Wenn Sie uns mal brauchen. Hallo? Rufen Sie an. 0130 7890. Postbank, schließlich ist es Ihr Geld. Neu für empfindliche Haut. Der erste Deo-Balsam von Nivea als Spray. Ohne Alkohol. Er ist sanft. Selbst zu empfindlicher Haut. Neu. Der erste Deo-Balsam von Nivea als Spray. 0% Alkohol. 100% Nivea. Diebalsam von Nivea. Diebalsam von Nivea. Diebalsam von Nivea. Der Moment gehört Dir. Es war einmal im Müllerland. Eine Prinzessin, die nur an ihren Schlemmer-Joghurt dachte, als ihr plötzlich etwas fehlte. Schlemmer-Joghurt. Einfach Schlemmerhaft. Alles müller oder was? Am 14. September ist es soweit. Berlin erlebt das größte Ereignis seit dem Mauerfall. Den ersten Red Bull-Flugtag. Tollkühne Männer und Mädchen in ihren fliegenden Kisten kämpfen um den Sieg. Weiter, schneller, origineller. Eben ganz nach dem Motto Red Bull verleiht Flügel. Erster Red Bull-Flugtag. Sonntag, 14. September, 12 Uhr. Strandbad Wannsee, Berlin. Er hat eine Waffe! Fritz? Schäm dich! Das ist doch deine Rente! Damit viel Geld später mal reicht. Die private Altersvorsorge von der DEVK. Preiswert und nah. Wenn Polizisten töten. Es war eindeutig notwehrt. Du bist eine Gefahr. Du bist ein Sicherheitsrisiko. Das John-Wayne-Syndrom. Ich fürchte, sie hat mich nicht überzeugt. Was weckt ihre Emotionen? Da schieß sie! Halifax. Chorgeist. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Bei Vox. Da war diese Stimme und er baute ein Baseballfeld. Ich hab dir was total Unlogisches hingestellt. Und die Spielelegenden kehren zurück. Haben sie nicht einen Wunsch? Und sie wären dann der Mann, der mir diesen Wunsch erfüllen könnte? Bert Lancaster und Kevin Costner in Feld der Träume am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Vox. Ob mein guter alter Dollar noch draußen angebunden ist und dann reite ich dem Sonnenuntergang entgegen. Ganz allein. 1, 2, 3, 4. Ricola Schweizer Kräuterbonbons. Von Natur aus wirksam. Es gibt viele Gründe mit einer guten Bank die eigene Zukunft zu planen. Eine der schönsten Gründe hat blaue Augen und das bezauberndste Lächeln der Welt. Gut, wenn man dafür finanziell vorsorgt. Rechtzeitig und mit der richtigen Bank. Freuen Sie sich auf das, was kommt. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Schaufrisches Dapp-Pilsner. Zum Wohlsein. Dapp. Immer mehr Experten empfehlen ihren Männern Protektor von Wilkinson. So scharf, dass er hinter Gitter muss. So sicher durch seine feinen Schutzbügel. Und so gründlich. Protektor von Wilkinson. Hallo Herr Taxifahrer. Kennen Sie Vita-Malz? Oh, it's a Cola, man. Nichts Cola, man. Vita-Malz. Auch erfrischend. Aber natürlich aus Malz. Great stuff. I just slabbered over you. Tja, unser Vita-Malz. Die gänzlich unamerikanische Erfrischung. Was sind das eigentlich für Leute, die einen Volvo V40 fahren? Alles, bloß nicht langweilig. Der neue Volvo V40. Na prima. In unserem Job muss jeder 100% geben. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist Arbeit. Das braucht Vertrauen. Ein gutes Team. Darauf will ich mich verlassen können. Auch bei meiner Bank. Bank24. Mehr Bank braucht kein Mensch. Bank24. Ein Unternehmen der Deutsche Bankgruppe. Es war einmal im Müllerland. Eine Prinzessin, die nur an ihren Schlömerjoghurt dachte, als ihr plötzlich etwas fehlte. Schlimmerjoghurt, einfach schlimmerhaft. Alles blöder oder was? Gut, dass wir Oldenburger so bescheiden sind. Welt, wildoffen, kontaktfreudig und verwöhnt. Butcher, der zartmilde Käsegenuss von Oldenburger. Ein schönes Stück Natur. Urlaub. Waage. Musik. Das neue Duschöl von Basis PH entführt Sie in eine Welt aus sanfter Pflege. Denn pflegende Öle machen Ihre Haut zart und geschmeidig. Das erste Öl zum Duschen von Basis PH verwöhnt empfindliche Haut ohne zu reizen. Das ist ein Klassiker, aber halt nicht aus Bayern. Der Bavaria Blue, das ist ein echter bayerischer Klassiker. Und der schmeckt Bavaria Blue, 25 Jahre, weiß-blau genießen. Haar ist empfindlicher als man denkt. Deshalb gibt es jetzt das neue Sensitiv-Shampoo von Ivea Haircare. Es pflegt empfindliches Haar und sensible Kopfhaut mit der beruhigenden Wirkung der Kamille. Das neue Sensitiv-Shampoo von Ivea Haircare. Ivea gepflegt im Haar geht es glänzend. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Hund auf einmal alles für Sie tut. Denn das neue Cäsar ist jetzt noch besser. Noch mehr zarte Fleischstückchen, noch leckerer. Das neue Cäsar. Nur echt in der Achteckschale. Esso hat jetzt die neuen, umweltschonenden Kraftstoffe, die sauberer verbrennen als jemals zuvor. Für alle, die an die Zukunft denken. Esso, hier ist die Energie. Ich wünsche mir einen Typ. Sanft. Der aber auch mal zupacken kann. Kein Macho, aber mit Rückgrat. Kein Ja-Sager, aber auch kein Rum-Nörgler. Eben zärtlich, aber mit Biss. Schätzchen, man kann eben nicht alles haben. Doch, jetzt mit Milka, Schoko und Keks. Knuspriger Keks und sahnige Creme, umhüllt von zarter alten Milchschokolade. Zartheit mit Biss. Eben alles in einem. So, Milka. Aber Schoko und Keks. Als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, oh mein Gott, das ist sie. Ich bin dein Lover, Conny. Du bist mein was? Ich hab dich eingeladen auf eine Spritztour und du bist mitgekommen. So war's doch. Laura Dern und Treat Williams in Bedrohliches Geflüster. Am Montag um 20.15 Uhr bei Vox. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Hollei! Juhi, Juhi, Di. Ha, ha, ha. Hollei! Juhi, Juhi, Di. Alle! Hollei! Seid nicht traurig, denn Heinz-Ehrhardt kommt wieder. In unserer großen Heinz-Ehrhardt-Reihe. Wieder ein Schelm. Jeden Freitag um 20.15 Uhr bei Vox. Untertitelung des ZDF für funk, 2017